Hallo, ich begrüße Sie mal wieder zu einem neuen Video. Sie möchten ein einfach zu handhabendes Extranet? Dann können wir Sie bei der Inbetriebnahme und beim Aufbau begleiten. Das, was wir vorschlagen, und dieser Vorschlag gilt im Prinzip für alle Unternehmen, für alle Organisationen und Einrichtungen, vom Kindergarten bis zur großen Firma, das ist das, worauf die meisten oder fast alle deutschen Hochschulen setzen, noch viele Schulen. Das ist die Lernplattform Moodle. Wer schon mal damit gearbeitet hat, der weiß, da ist eine Anmeldung, die funktioniert im Prinzip so ähnlich wie beim Online-Banking. Man authentifiziert sich mit einem Benutzername und einem Kennwort, einem Passwort. Und dann kommt man genau auf die Information, die für einen selbst gedacht ist oder die man auch bearbeiten kann, wo man Transaktionen machen kann. Und das ist bei der Lernplattform so ähnlich. Mit der Einrichtung, der Plattform und der Zulassung von Nutzern wird eben genau gesagt, wer darf worauf zugreifen. Und das wird auch protokolliert, eben ähnlich wie beim Online-Banking. Das muss ja alles nachvollziehbar sein. Wenn Sie also Interesse haben, wie man so eine Extranet-Plattform auf dieser Basis aufbaut, dann sind wir Ihr Ansprechpartner. Der nächste Punkt unserer Dienstleistungen, Sie möchten selbst Bildungsmaterialien und Unterweisungen erstellen. Dann können wir Ihnen zeigen, wie das geht. Wir haben da ein Beispiel ausgeführt auf der Basis einer Schulordnung. Aber das Gleiche wäre auch, wenn Sie Unterweisungen zum Brandschutz oder zum Umfallschutz durchzuführen haben. Es gibt Regeln und die Mitarbeiter müssen Kenntnis nehmen. Sie müssen auch nachweisen und bestätigen, dass sie diese Kenntnis haben und das auch verstanden haben. Wie das geht, das zeigen wir Ihnen gern. Und Sie haben auch die Möglichkeit, jetzt vorab schon, schon mal Einblick zu nehmen, was wir da anbieten. Dann haben Sie auch eine Idee, wie Sie es dann vielleicht bei sich umsetzen können. Das Dritte, was ein Schwerpunkt unserer Dienstleistungen ist, Sie möchten Bildungsmaterialien erwerben, fertige beispielsweise von uns. Oder vielleicht haben Sie auch selbst Bildungsmaterialien erstellt, die Sie anderen anbieten wollen. Dann gibt es einiges zu beachten in Sachen Lizenz. Die Rechtssicherheit muss gegeben sein. Und dann ist natürlich auch zu klären, wie kann man das machen. Gibt es eventuell Sponsoren, die dafür sorgen, dass dieses Material, was Autor, Autoren in ihrer wertvollen Zeit erstellt haben, dass man das freikauft. Das ist dann hinterher von jedermann, der dieses Material verstehen kann, weil es eben die Sprache ist, die man spricht, bereitgestellt wird. Oder wollen Sie, dass dieses Material gegen eine Lizenzgebühr nur auf spezialisierten Servern angeboten wird. Das können Sie auch mit uns besprechen. Wir haben dazu auch ein Konzept. Wenn Sie diese Dienstleistungen interessieren, mehr dazu wissen möchten oder eben einfach mal nur Feedback mit mir austauschen wollen, dann senden Sie einfach eine E-Mail. Ich nehme damit Ihnen Kontakt auf und wir sehen, was ist möglich. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.